Hey Leute! Willkommen zum nächsten Part. Ähm... Ja. Jo. Treffen wir ihn. Könnte eventuell das letzte sein, was wir machen. Aber wir wissen es noch nicht. Die Erinnerungen an den Dunwall Tower dürften keine guten sein. Vielleicht machen sie jetzt mit, was damals passiert ist. Vom Wasserschloss aus wird es eine kleine Kletterpartie. Das Wichtigste ist, den Lord Regenten zu tücken. Er hat sich da etwas auf dem Dach gebaut. Nennt es einen Schutzraum oder so. Verrückt, wenn Sie mich fragen. Kaum wo, wenn ich Ihnen schon die große Führung gebe. Hier befindet sich die Sendezentrale, aus der die ganzen Bekanntmachungen kommen. Könnte interessant sein. Ja. Wenn wir uns wiedersehen, wird der Lord Regent tot sein. Hoffentlich. Und wenn nicht, war es eine Ehre mit Ihnen zu dienen. Das ist aber schön zu hören. Das ist ja ein Problem. Wir müssen uns zurückgehen, und gesagt. Ich bin ganz rein, dass das nicht so. Ich bin ganz rein. 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 Das war's. Das ist Ratner, Alter. Das war's. 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 Das war's.